Musik 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 Moin Moin Leute und willkommen bei Let's Play SkyBlog Part 5 oder 6 Diesmal ist Zertaris dabei und Dark Shader Hallo Dark Shader hat auch einen eigenen Youtube Kanal ist ein Youtube Partner geworden Blablabla genau so wie dir Machen wir jetzt ja Let's Play Doch diesmal ist Dark Shader nicht mit dabei sondern redet nur und hier fehlte der ganze Stand Ja Ja das war ich Ich hab keine Weile Wir haben Keep Inventory angemacht weil wir uns später ein bisschen wegbashen Aus Spaß Aus Spaß Ja Sascha und ich basche uns gerne weg Ja falls euch manche sich fragen wer Und wer ist Ich bin Crack Äh Crack Ich bin Vladi Tatar Sascha Dark Shader Lukas Oh sorry Problem Pina Bina 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 Gina Bina Bina mel die Kammer wo man sehr wenig ob es noch verschwinden kann man eigentlich den Laptop ein Monitoren schließen Prozent ich kann man ich habe mir das auch ein Fernseher anschließend hat also ich könnte er könnte ich auch mal wie gerade könnte ich auch machen ich liebe die Salle fast sie gefällt oder die Stadt hat immer was sie hat soll ich denken Er liebt Brüste, er liebt Frauen, er liebt Tal-DMD, dann kommt der nächste Schritt. Eifer. Frauen auf jeden Fall. Und Brüste und Ersche. Das ist Magier da, Junge. Außer die andere Seite nicht. Ja, Lukas, da guckst du. 45% sind jetzt hochgeladen für mein drittes Es-Play. Ja, was ihr schon bemerkt habt, ich habe ja Let's Play Minecraft Together schon fünf Parts hochgeladen. Ich habe jetzt ein neues Intro von Micha, den verlinke ich auch in der Videobeschreibung. Micha, das Eu-Mail, das Tier. ULTRA. ULTRA. Ich kann nur Maxi gehen. ULTRA. Ey Sascha, das beste Video war immer noch... Du, äh, das Beste war... Äh, Michael, Micha liegt auf dem Bett, äh, liegt im Bett, liegt im Bett. Und Zataris ist über den so gesagt, ne? Und Micha sagt auch, oh ja, oh ja, cut me auf den Bauch. Das war richtig geil. Jetzt kommt ein paar Gäger-Schichten. Ey, hilf mir mal bitte. Äh, Skelett. Nicht runterkicken, nicht runterkicken, wir brauchen die Knochen. Damit du mal zu fressen hast, fahren musst. Ja, vier Melonen und so. Nein, ich wollte Schallplatte machen. Komm, gib mal Knochen. Und hier kommt unser Haus hin. Zu tipp für die anderen Leute. Hier kommt so gesagt unser Haus hin. ULTRA. Lieber... Mop-Spawn. Spawn-Area oder so was. Ja. Falls manche Leute jetzt schon gemerkt haben, bei mir lags schon fast gar nicht mehr, weil ich zum Teil einen neuen Rechner habe. Also komplett geinstalliert habe ich den. Und neu installiert. Und ja. Aber er hat ihn platt gemacht. Platt gemacht und aufgekäppelt. Darf ich ihn nicht näher gehen? Warte noch nicht. Ich bin gerade mal... Jürgen. Doch hier drängst du dich ein bisschen bei... Jürgen. 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 Jetzt dran halt her. Oh die bekämpften sich gegenglärtig. Oh du rennst mir genau rein alter. Danke. Ohh если вы не так делал. Jürgen. Wow alter. Jürgen. Ja ich bin kein Frayball im Euro, never the experiment 이 wurde. Ja Leute jetzt I guess bisschen wahnsinn an zu lenken. Moment bitte. Soфф фильм. so ich habe wieder vergessen weil ich angefangen habe aufzunehmen eine wendelte ich guck mal schnell wann ich angefangen habe ja gleich ja warte ich hatte sie mache ich mir auch wenn ich ein Heimerin schon seit 15 Minuten ich bin los und so gesagt ich ging schon auf ja nur jetzt auch nehmen wir eine halbe Stunde nein 25 Minuten äh ja halbe Stunde um 8 um 48 habe ich angefangen um 8 um 48 ah mal darf ich fressen was ich saug dir gerade ein bisschen an schade du läufst gegen die Solzding ok scheiße ach Mist wir brauchen hier Wasser unbedingt ich mach mal eine Pilzform auf ne und noch den Messersky in die Pilze hinpacken jo warte mal ey wo ist der Bus denn nur Pilze hin nein ich bin markierter Mann ich hasse es also ich will nicht markiert dann sehen mich alle markiert markiert ja markiert blut ich habe wahrscheinlich ich habe dich ein und dann die hirkt Ne äh bezahlt das Spielmodus nein 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 total ab ich will gern ab und hier in der Bibliothek der Zermin Schwerst keine Ahnung jetzt ist es schon nach oben er wollte dass die Leute die Möschung so gesagt letztlich sein also hier wie einmal einmal laba hingezogen da fließt die laba zwei zwei blöcke hin und zwei blicken und ja dies aber auch links oder nach jetzt wohl genau ihr abmacht wo ja genau frei machte dagegen dagegen wasser gesetzt haben wir hier zeige ich euch gleich auch so was das wahrscheinlich einsamme bitte wir haben die verändern hier ist das ganze kommst du hier rein hier haben wir hier spät das kommt ja natürlich ja ja was glaubt uns das nicht nein ja unnötige aufregerei über spiele braucht auch keine ich habe vergessen kippen tor ist ja an ich bin ich bin ich bin immer noch total erkältet ich weiß nicht wieso die karte wieso meine erkältung nicht vorbei geht im sommer er hat auch so gedacht wie den Sommergast mit in die Richtung Prozent bestellen ihre die ganze Zeit im Winkhaus von dort da hat doch ganz toll ja ganz deutsch alle da ist so schlimm dass sie alle auch von zu holen dadurch merkt euch Leute unser kleiner Dachschädler fängt man nicht mal an zu weinen ja auch kann ich heul was wir dann immer zu ihr kommt und das ist mir gefallen Nein! Alter! das ist richtig scheiße wenn die Schaltkarten immer so runterfallen und ich muss mich daran erinnern dass ich noch ein bisschen lauter sitzen muss und das Rauschen im Hintergrund von meinem Laptop wird bald auch weg sein weil ich äh mir was? meinen Kühler kriegst du nein nein ich hab schon meinen Kühler wasser kipp einfach ne polzonen Wasser drüber also wachsen aber keine warum mach das wie Nico ne Kreise äh hier ein Kühlakubot so für die Knochen ah ja wo ich war ich wie gesagt weil ich bekomme ich hole bei den ja genau so wie die anderen jetzt machen ein Mikrofon oder wie man oder was das ist was die da haben und ja nein ich hab das so extra gemacht weil ich wollte später vielleicht die Fläche nein wie geil aus der Person so ich wollte später die Fläche arbeiten ich hab hier noch einen sitzen ja so wir müssen langsam anfangen mit dem Haus bauen oder? ja man ich gehe hier alle gut ab alter ja Zataris sollen wir lieber dort ah Moment Leute ich mach jetzt hier mal hoch so einfach auch short ich hab auch ganz klein so sollen wir lieber auf dieser einen Fläche wo das Sandgebietding war sollen wir da lieber so ne Monsterfläche lassen? so chic jaaa ich war der best aus meinem Team jaa 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 Sascha du wirst gerufen Sascha ja sollen wir lieber dort wo wir die ganze Zeit die Monster bekämpfen lieber ein bisschen vergrößern die Fläche als Mob äh Mob Arena Mob Area benutzen oder lieber hier oder dort lieber ein Haus bauen also ich würde ja da ich würde ja hier diese Monster Spawner Dinge zum machen weißt du hier? ja und da hinten Haus bauen ok dann breiten wir das hier jetzt aus ok warte mal ganz kurz dann benutzen nehm ich lieber eine ne? oh hä hab ich Fly oder was? oh sorry Leute äh Fly deaktiviert Fly deaktiviert Lukas nott mich wieder ja muss ich gleich sofort weinen ja aber ich meine 5-Cams hier ist nicht meine 5-Cams der ist so 5-Cams süchtig unser kleiner Lukas das war ein zweiter heute zweite Packung oder was? ja mein zweiter Streifen äh warst du heute schon warst du schon mal auf dem Streifen? hm ich glaub Mann du ach das war meine Kabel sieb die her da auf dem Strich man ich warf nur 3 stück warte ich warf nur 3 stück ich warf nur Lukas ja hier alter Lukas sieht ab wie Schmillis Katze hier jetzt mal sehen ey Dienstleistung Hähä hm Werte Unterricht hm 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 wer hat hier unterricht ja es kommt bei mir von mir vielleicht später noch vielleicht oder die darkness 2 aber nur vielleicht war jetzt da mag ich das spiel nicht zum tagen auch schon also manchmal liebte ja ist manchmal liebst du es nicht nein ich würde es eigentlich zum Teil so richtig heftig, Uncut am meisten ja deinem Raptide Uncut ist geil Sascha du musst mir noch erklären wie ich von der Play es sich aufnehmen kann Videograpper Was ist Videograpper? jetzt steckst du da drin und dann hast du so ein Scheißkabel zu deinem Laptop und dann nimmst du dann mit Fraps auf oder so und sowas da keine Ahnung ach so, Raum ja Baum Ballbaum ich kann es ja nicht mal ganz an die Leiden ja geht so, Mann ich habe keine Ahnung, meine Ex von Herrn immer gesagt wenn ich die gefuckt habe was hast du, warum bist du so richtig genervt oder der Scheiß drauf so, die mal, weil Baum so, ich hab so, immer so richtig ich hatte immer, äh, Mieselaune bekommen dafür ey, bald hast du mal Sascha bald hast mal, wir brauchen das gleich weil wir benutzen das später, um weiter zu, äh, hier ein bisschen weiter zu machen für die Melonfahnen so Melonfahnen jo, Melonfahnen unsere süße Melonfahnen Kochen 求 ich glaube, es gibt mir mal drei Kabel, es gibt ja, wo die ist doch betraktiven aber du bist der rest einfach da rein weil ich brauche das unbedingt ich habe mal im let's play let's play minecraft gesprungen über den arm aus dem motto der halb und dann noch ja über andere motzen war ich heiße wie heißt er noch was du bist toll leute ich mir das gar nicht nur einfallen die feiner pg und wie heißt er noch kann auch mal wieder heiß da und der andere lass mich mal überlegen ach weiß ich nicht ich sag dann später bescheid ja baum baum für mich auch sieht heiß aus ich wollte da richtige treppen lieber in baum ich mach das damit die monster später dann so schlecht hochkommen können jedenfalls manche immer noch nicht wissen was das für ein texturpack ist das ist das texturpack von also so 32 32 x 32 wie man es nennt 32 32 so besser so 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 ich noch so ich mich nicht nein so 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 aber es ist doch scheiße, und was willst du mit dem Ding? Wenn du mal kiezt in die Statistiken, hat die Dagonov... Quatsch, die MSR viel mehr präzisucht als die L11. Dagonov mit ACOG ist das immer noch beste. Und Rückstoß! Ey, das ist aber auch viel lustig, die fliegen uns weg, denn. Ja, okay. Warte, ich werde jetzt in der Leiter hochklärt, und du mit der Schotten drauf schießt, der fliegen sie wieder weg. Ja, ins Gesicht, ey. Geh mal bitte einmal... diese eine... Stufe, die... eine Holzstufe, die du eingesammelt hast. Danke. Wie gesagt, der Kleider. Oh, Mann, meine... meine Re... äh... wenn ich rechts gehe, mache die Maus, die quietscht so sehr. Quietscht, 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 quietscht. Ehm... du musst... Hey, ey, ich kann reinmachen. Ey, quietscht man nicht so beetscht. Nein, die Guetsch... nein. Die Guetsch, die kleine, die Quietsch. Die kleine, die kleine, die kleine, die kleine. Keine Ahnung, irgendwie hat jemand das gemacht. Gibt's für immer, ne, 8, 8, 8, 8 Battleston? Ich hab keinen Cobblestone. Warte, komm wir bauen zusammen. Ich brauch schon die Wägen ab. Geh mal du auf die andere Seite. Oh, sorry. Wenn ihr Dias braucht, dann holt mich. Komm, ne. Ey, das ist Skyblock. Skyblock, ne. Nein, 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 Mist. Kannst du mal abbauen? Kann ich ja nicht wissen. Nein! Wo? Was war das hier? Das war eigentlich gar nichts. Das weiß ich ja jetzt auch selber. Das ist eine ganz dumme Idee. Ich weiß, ich brauch selber. Höf. Und wo ist jetzt genau so ein Mal? Hier. Ich wollte eigentlich nach unten denken, weil es sich irgendwo eng auskommt. Ja, okay, okay. Was schon. Was macht? Dann mach ich auch eben das hier. Die Kiste. Das ist so unnötig. Du? Äh, das Spiel. Achso. Ich hab verstanden. Ich hab verstanden. Ich hab drei ganze ganz trocken. Du? Lass dir doch mal da dran. Na ja, ich hab ne Guteridee. Bring mal schnell, äh, bring mal bitte einmal schnell. Äh, die hatten, das haben wir ja. Ja. Hier rein wollte ich bauen, rein bauen. Ich war fest, was du leer. Juh, okay. Falls ihr fragt, warum ich das mach, ich will nur einfach diese Hälte spielen. Ich hab immer das Hälte später drauf. So, sieht's doch besser aus. So, das kann sein, das kann sein. Das, 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 das. Das, 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 das. Und das. Und ein Cobblestone. Hast du noch Cobblestone oder so? So, ich hab es ja. DRAGA 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 Dos